Und jetzt. Mit der Nummer würde sogar der Brottschall überziehen. 11 und 16. 11 und 16. Haben Sie jetzt schon eine volle Überzeugung gesagt? Ich habe dann 16 und 11 gesagt, das ist natürlich ganz verfahren. Wir möchten das nicht, Sie bleiben immer drunter. 8, 6, 7 und 9. 5, 6, 7 und 10. 6, 7 und 10. 6, 7 und 10. 7, 8 und 10. Bis zum Teil. Ich bin der Brottschall. 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 Und Siebster. Sie haben mal 50, 50. Eind? Ein Beginner. Nein, was ist denn? Sie sollen eigentlich noch alles leisten, um hier das Geld verdoppeln. Aber Sie kriegen 3,000 Euro. Und Sie haben ja auch nicht ein Haftrecht. Ach du meine Güte. Wenn Sie uns war in der Schule besuchen, Man glaubt nicht, was Nervosität ausmachen kann. Das ist nicht, wenn man herrlich macht, man weiß eigentlich nicht einmal mehr, wo man zu Hause ist. Das ist unsere Anrufe von 810, 100, 2005. Kann man da ebenfalls anrufen und Internetweb.